Hey Kinder, was geht bei euch? Ab hier ist das nächste Turn 2 A-Match. Woll und ich haben wieder um Geld gespielt und haben gegen Princess Bud, oder wie die hieß, gespielt, unter anderem unsere krasse Global-Spielerin, nur dass ihr es wisst. Vielen Dank, dass ihr euch in so großen Zahlen bei PvP-Row angemeldet habt. Mein Code-Word, der Dummbabla, steht weiterhin in der Videobeschreibung sowie der Link, falls sich da noch jemand anmelden möchte bei PvP-Row. Ihr bekommt da diesen 100-Punkte-Bonus und könnt dann damit zwei Kisten öffnen, zwei 50er oder ein 100er. Und eben Skins dabei gewinnen. Also ein oder zwei, je nachdem, was ihr aufmacht. Ich will fucking go! Ach du Scheiße. Das wird auf sich ein ziemlich hartes Spiel, Princess Bud. Das ist, glaube ich, Global. Global Elite Master Guardian 3. Okay, wir müssen quasi mal vorgehen. Aber okay. Läuft seitens nichts. Alles klar, Mitte ist einer und rechts. Nice. Princess Bud, easy. Ah, schade. Das wäre edel gewesen, wenn der Schleich-Eingriff geklappt hätte. Genau, schade. He's down for this spot. Right side. Nice. Yes. Ah, er ist right and that. Das ist right and that's right. Oh, shit. Krass, man. Das ist einfach wieder das Aim. Das ist Wahnsinn. Leute, wenn ihr hier zuguckt, also natürlich guckt ihr alle zu, ganz klar. Spielt Aim-Apps. Das ist so, als hättet ihr die Aim-Board irgendwann. Das ist so... Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Irgendwann hat man so das Aim drin. Das ist krass. Ist das heute das wieselte Spiel? Das fünfte? Ja. Es wirkt fast so, als könnten dich die Gegner nur noch wegholen, wenn sie Lack haben. Oder wenn man halt wirklich verchokt. Aber in einem fairen Kampf fühlt man sich voll superior. Einer ist... Das war kacke. Right side. Is down. Kacke. Linke Blatt. Kacke, ja. Kacke, links. Nice. Alter, ich dachte, Princess Bud wird irgendwie schwierig. Null, Null. Weißt du, jetzt habe ich kacke. Na, ich meinte auch gerade, da könnte es irgendwie... Das ist nur geil. LOL. Wie schlecht sind die, Alter. Das sind die. LOL. Fuckin' Up-Glan. Oh shit, oh shit. Naja, fuck, fuck. Der Jockey, Alter. Der geht richtig. Der Jockey, das ist ein guter. Jockey ist ein guter. So ein Socken-Fetisch ist. So ein Socken-Jockey. Jawohl, Alter. Na, links irgendwo. Aber nicht gut für die Gebrüder-Grip. Nice. Fuckin' shit. Gutsam, Anime. Riesen-Arsch. Hahaha. Ah, er hat mir nicht... Durch die scheiß Kiste. Okay, ich bin ein bisschen geliefert. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Konterfeuer von der. Is down. Oh, ich dachte kurz, dann fickt er eine Granate, aber das war eine Mücke. Hahaha. Scheiße, Mann. Oh, der ist aber ordentlich am Futtern hier, der Kollege. Ah, shit. 33 hat er gefressen. Mittig. Keine Ahnung, wo der andere ist. Ich hab noch so kurz drüber nachgedacht, na, das würde er jetzt nicht wirklich machen, oder? Und dann macht das echt. Hörbar das. Nice. Wo ist der andere? Keine Ahnung. Ah, Mitte. Direkt vor mir. Parallel. Versteck mich. Hab mich gesehen. Ah, shit. 26 hab ich ihm nur gegeben. Ich hab total verschokt. Das war nix gerade eben. Kommt er angesneakt? Ich hoff's nicht. Ich kann's sagen, das ist Princes Bud. Da würde ich drauf hoffen, dass er sneakt. Weil dann ist er blä. Jetzt hat er natürlich angemacht, seine Hex. Na, ist logisch, ne? Klar, da kann man nicht viel machen. Jetzt kommt er bestimmt wieder anges... Alter, das war doch exakt... Perfekt dieselbe Situation von eben. Nur diesmal hab ich's ne Millisekunde vorher gerochen, aber trotzdem. Ah, so, Yoki. Schoko-Hase, Yoki. Das ist das Bad. Nein, was? Ich dachte, sie geht jetzt wie immer rechts und dann will sie zu mir kommen. Fuck. Das ist ein Sieg. Princes, genau. Das ist die Peach auf jeden Fall auf dem Bild. Ich hab meine Waffe weggebrochen. Fuck, ich hab meine Waffe weggebrochen. Okay, okay. Einer platt. Platt down. Jetzt ist rechts irgendwo. Rechts oder so Mitte rechts. Ach shit. 33 hab ich ihm gegeben. Okay, weiß nicht, dass ich oben bin. Ich müsste jetzt voll die Advantage haben. Bitte verkack's nicht. Das ist unmöglich. Da hat's mich nicht gesöhnt, ich schon auf mein Leben. Nice. Ich hab ein Loch im Gesicht, Alter. Joke im Gesicht. Sehr gut, sehr gut. Princes Bud direkt ausgeschaltet. Direkt in den fetten Bird geschossen, Alter. Das mach ich. Plattform, Rampe meine ich, Rampe. Das mach ich easy. Fuck, mach ich doch nicht easy. Ah, hab ich sowas von easy gemacht, Alter. Sogar 100, 100. Ich dachte, da hat ich voll getroffen. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Nächelig. Der Kerl weiß gar nicht, voll getroffen, wie er meinen Tappen schreibt, glaub ich. Left side. Ah, oh. Princes Bud, 33, hat sie genascht. Ja, ist der easy. Mann, diese verfickte Mücke. Wo ist der Bastard? Stimmt, mittig rechts irgendwo. Er kommt doch grad wieder vorgesneakt, oder? Ah! Er kommt nicht vorgesneakt. Er ist immer noch bei sich in der Hälfte. Ich muss mir jetzt gut an den Insta-Headshot geben, sonst bin ich im Arsch. Komm einfach jetzt genau in mein Fahnenkreuz. Ich glaube, jetzt kommt er von rechts. Oh fuck, von links? Der Mann nehmt die? Der Bissi war an den Eiern, der macht immer genau irgendwas, was ich nicht erwarte. Ah, scheiße, Mann. Oh, oh, right side. Oh Gott. Ich glaube, ich bin hier in den Schuss reingelaufen, sonst wie lang es war. Drei Hits, aber nur 63. Natürlich treffe ich so eine hässliche Visage nicht. Alter, alter, alter. Oh, Yoki. Yoki hat angemacht. Und, äh, hat er nicht gesehen? Ich weiß nicht, wie der die Position war. Fuck, wie die Position war. Doch, er hat mich gesehen. Move it, move it. Ach, Princess, right side. Oh nein, der überrascht mich jetzt wieder. Oh, guck mal, er wird jetzt hier brücheln. Ist bei der Princess, ran, ran, ran. Jetzt kommt er bestimmt links? Ja. Deck alles ab, lauf offen rum und guck. Guck, genau, genau. Die regt die Insta-Shots nicht hin, die Princess. Das regt es nur hin, wenn sie sich anschleichen kann, die alte Snitch. Jetzt ist es halt Sponn, ne? Das ist gerade immer noch nicht Sponn. Jetzt, ähm, das macht mich als YouTuber aus. Ich baue auch spannende Atmosphären auf. In diesem Spiel. Nein! Hahaha, die Lache. Sehr, 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 sehr. Ja, also ich als YouTuber bin ja auch eher so im großen Bereich tätig. Ich habe keinen Händler gemacht, aber das brauche ich auch nicht. Denn der will... Hey, wir beide an die Ecke springen, wenn ich runterrutsche. Pff, scheiße. Alter, die Win-Serie hört sich nicht auf. Oh mein Gott, Princess Bud, rechts. Jetzt wird es spannend. Achtung, er ist ganz rechts, oh mein Gott. Wow! Das ist natürlich sehr spannend, meine Freunde. Oh, jetzt ist es wirklich... Ah, locker! Da gehe ich direkt nach Hause. Ciao, ciao! Wie grazil! Diese Tötung, die vollstreckt worden ist... Höchst grazil. Oh, der ganz links muss... Tatsächlich, tatsächlich, scheiße, scheiße, 21 hätte ich noch gefressen. Hey, es ist schon wieder unsere letzte Runde, ey. Wir fecken die kaputt. Ab nochmal. Statsch bleiben müssen. Ah, 42 nur. Egal, dafür mal jetzt. Läuft. Alright, gentlemen, this is it. Alright, gentlemen. Noll. Alright, gentlemen, suck on my hand. Der muss doch mehr Zeit, den Headshot. Right side. Nice! Good job, man. Good job. Alter, tschi, tschi, nupt ihm. Tschi, tschi. Tschi.